Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, oder was, mal ein besonderes Auto. Wie auch immer. Ich habe mir das fast so. Es ist das erste Mal im Auto. Ich glaube immer, dass es klappt. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt so der Sichtwinkel ist und so. Aber darum sollte es eigentlich nicht gehen. Sondern, was ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt. Ich habe so ein bisschen gehalten. Ich hoffe, dass es geht. Aber ja. Ich bin unzufrieden. Ja, ich bin mir selber unzufrieden. Was heißt das? Es gibt ja die sogenannte Winterdepression. Ich denke immer. Ich bin mir da ziemlich sicher. Zumindest sagen das viele Leute so Winterdepression. Ja, ich war so ein bisschen, wie gesagt, unzufrieden mit mir selber. So, hm. Das war ja vor kurzem Dezember. Wenn ihr das aktuell guckt. Ja, Weihnachtsmarkt. So, hm. Eher nicht so. Auch irgendwie keine Motivation dazu. Ähm. Hatte ich gesagt, es ist eine Motor Show. Kann ich ja mal ein Video zu machen. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Und ja. Dabei ist es auch zu blicken. Weil, wie gesagt, ich bin ein Füchter. Und dann mit der Kamera. Und dann mit den Molden. Ah, ja. Okay, ja. Wollen wir nicht weiter zu besprechen. Aber, ja. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Im neuen Jahr. Auch nochmal kurz neun Jahr. Ich hoffe, ihr seid nicht reingekommen. Ähm. Wie gesagt, wenn ihr es aktuell guckt. Wenn ihr es dann. Ob ich trotzdem, dass ihr mit reingekommen seid. In welchem Jahr auch immer. Ähm. Ja. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Das heißt, der läuft nicht gut. Na gut. Ich bin dran auf mein Freund. Den Probro. Ich versuchte ihn nicht alle anrufen. Du warst ja immer wieder anrufen. Ähm. Wie gesagt, das ist ja auch trockenmäßig. Ähm. Was ich aber dieses Jahr. Verständnis machen müsste. Ähm. Waffen lassen können wir sonst noch machen. Ähm. Mit den Let's Play. Da habe ich jetzt geladen. Das ist ein paar mehr. Hm. Kann man machen. Die werden wir auch machen. Oder sehr viel. Man wird alles anders ein bisschen planen. Und. Und. Ja. Weiß ich nicht. Wollte ich dann gerne mal hier machen. Ähm. Angewaltigt. LF. Als das zu machen. Dann kann man hochladen. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen Zeitaufwendung und so. Und. Wenn dann überlegen. Habe. Wie das Wettdrehen. Das ist alles ziemlich umkrempel mein Kanal. Was heißt umkrempeln. Ähm. Wie das mehr dieses was mit dem. Ich denke sonst noch so. Wenn ich schaffe. Ich habe auch nicht immer was Neues zu berichten. Oder was da sehe. Sonst dem. Könnt ihr auch mal vorchlagen. Oder. Was ihr wissen möchtet. Oder so. Kann ich ja mal was zu erzählen. So was hier. Aber. Um dieses Auto. Im Kursjahr. Gibt es hier dann auch nochmal ein Video. Ähm. Weil. Das haben sie ja jetzt. Nächstes Jahr. Neu gekriegt. Also. Ich habe ja. Besorgt. Neu ist es nicht. Ähm. Es war auch relativ neu. Ähm. Dazu aber dann später noch mehr. Oder. Wenn das Video rauskommt. Dann mehr. Ähm. Also. Auch noch mehr. Für mich das umkrempeln. Ich habe mir gedacht. Mehr Leipzig. Nιο классique ist. Ähm. Wring. Wring. Auch музien. Und poorer durch. Ingres. Und fast E. Woh. Also gospels. Wie die. Weil. Der. Cameras. Ist im Danua da. Oder halt da. Ähm. Ja. Da hab ich jetzt schaue. Eine kleine Hunde gehabt. Hing on Illusion. Das haben Sie da hochgeladen. Oh. Das andere, ja eines habe ich vorbeigemacht, weil es nicht so weit ankam. So was habe ich gedacht, könnte man ja machen. Typical One, zum Beispiel da oder bei Fortnite. Von Fortnite geht es nicht so. Und wenn man spielt, dann eher Wings of the Legion oder halt Player oder so. Und dass ich halt andere, die Vorder und mich auch ein bisschen umwandern, haben wir, ja habe ich da bald alles cool gemacht. Kleine Scheißen kommen noch. Aber ich dachte dann, alle zwei Tage mal was mit dem Umlade, wo ich euch halt zu sehen aktiviere. Ja, ich war klar. Ja, also das. Das ist dann alles in der Website. Das, was man machen kann, teilt aber auch nicht auf YouTube. Das will auch nicht kommen, ob ich dir dann sage, kommst du nochmal. Nein, mach ich nicht. Wenn meine Internetleitung mal besser wird, also schneller wird, dann werde ich, wenn dann, auf beide Plattformen gleichzeitig fliehen. Aber im Moment, meine Internetleitung schafft das in die Leitung nicht oder mein Rechner nicht. Und ja, deshalb mache ich das nicht. Ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Was ich eigentlich erzählen wollte. Ja, mit Let's Play, wie gesagt, vorne sind wir fast durch. Das soll ja auch ziemlich aktuell gegen das dann kommen. Danach würde ich sagen, alle zwei Tage. Vielleicht spiele ich das dann, ja mache ich den Rest, mal sehen. Erstmal probiere ich das dann, ja, erst mal im Livestream eingebunden, also ein paar Mal. Und dann exportiere ich das und dann probiere ich mal, wie die qualifiziert ist. Und dann probiere ich das dann, das bleibt jetzt bald mitbekommen. Ob dann jetzt auch richtige Let's Plays kommt, von Anfang bis Ende, weiß ich noch nicht. Würde ich noch mal sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Oder was denn das Video sehen wollt. Aber wie gesagt, ich bin damit auch immer nicht so zufrieden, ob ich das denn mache oder nicht. Das ist jetzt nur mal so ein Gedankengang von mir. Weil ich mir von generell mehr Live machen als ein Tuch. Also als Aufnahmen halt. Oder halt wirklich dann, oder ich mache das so, auch alle zwei Tage halt. Oder wie ich es dann vorhabe. Aber ich spiele das Spiel im Livestream. Laden das runter von Twitch. Und ja, einfach dann mal YouTube hier hoch. Ist auch, ja, ist ein bisschen aufwendig. Aber so habt ihr dann eure Let's Plays. Und dann wird auch nur eine Trailmark laufen. Weil hier haben wir nichts. So zwei Plays. Und so dann noch her. Ähm. Ja. Müssen wir mal sehen. Weil ich möchte jetzt nur noch ein Stück geht alles haben. Da ist ein Storygate zum Beispiel. Alles andere, sag ich mal. Das alles so runden, bis basiert wird. Mal lade ich das alles hoch, was Interessantes passiert. Was Interessantes passiert. Sagen wir mal so. Auch wenn ich keine Runde gewonnen habe. Lade ich das auch hoch. Wenn da was Interessantes passiert. Wenn nicht, dann halt nicht. Weil es soll schon was Interessantes passieren. Wie Hermine, Fell oder andere Interessantes. Beispiele. Auf jeden Fall so, dass ihr dann halt mit lustig würdet. Mit Spaß würdet. Keine Ahnung. Mal sehen. Mal sehen. Aber damit würde ich sagen. Bin ich auch raus. Ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen. Wenn ihr was vergessen habt. Oder wenn ihr es nicht ganz so verstanden habt. Schreibt es in die Kommentare. Dann erläutert das nochmal. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.